Chilt eure Basis, Alpha Chief ist wieder am Start zu Halo Infinite und es ist, ich weiß, es ist mittendrin, ich habe echt wieder lange nichts mehr aufgenommen. Alter, ich zocke immer noch Halo Infinite in der Kampagne, Digga, nach einem Jahr. Naja gut, was soll ich machen? Aber es ist so schön, wenn der eine oder andere dann noch wartet und sagt, Alter, wir machen das jetzt. So, ich glaube, das ist die Hauptstory, Hauptstory und den ganzen Bums muss ich hier noch machen, Digga, was ist denn los? Die Sequenz? Alter, wo bin ich denn jetzt hier? Schubdüsen, eigentlich brauche ich da eigentlich gar nichts mehr von hier, ne? Aber ich werde es gleich machen. Ich werde mal noch mal gucken. Alter, ich muss erst mal, ups, ich muss erst mal wieder reinkommen. Ich muss erst mal gucken, was, was war noch mal jetzt, ähm, Missionen. So, die Sequenz, das ist auf jeden Fall die Hauptstory. Was ist denn jetzt hier? Irgendwie auch. Okay. Ich frage, das ist wahrscheinlich, was am Anfang war. Okay, gibt es hier jetzt nichts mehr Rotes? Vorposten, Echo, das ist alles, was jetzt noch zu machen ist. Ja, Leco, Mio. Okay, aber es ist, ist ich, gut, das ist das, was ich machen muss. Das gehört wohl wahrscheinlich dazu. Alter. Ach, guck mal. Panzerungs-Emblem Griffin. Oh. Oh. Da muss ich noch einiges hier machen. Aber ich denke mal, ich werde jetzt erst mal den Vorposten hier annehmen, weil... ...wichtig, wichtig. Ey, Digger. Ja, ey, wie lange ich das nicht mehr gezockt habe, vor allem fast schon kein, kein Kopf mehr, was, was, was hier abgeht. Ja, gut. Ich weiß nicht, soll ich jetzt mit dem Warthog gefahren? Ah, ich glaube, ich kann mich erinnern. Ja, ich glaube, wir sind über die Brücke gegangen und so. Also, ich müsste noch gucken, stimmt, ich muss hier noch, so war das, ich muss noch einiges machen, um, ähm, ähm, mit der Wasp zu haben. Ich will ja gucken, dass ich noch die Wasp bekomme, ne? Das heißt, ich müsste noch so, äh, paar Vorposten und sonstiges machen, ne? Ja. Die Wasp brauche ich noch nicht, ne? Anfrage bestätigt. Lieferung ist unterwegs. Die brauche ich noch. Wo sehe ich das jetzt nochmal? Upgrades, ne? Ist das Upgrades, oder? Hier. Wann kommt das hin? Das wäre jetzt als nächstes. Im nächsten Level müsste ich die, ähm, Wasp bei mir haben. Genau das gefällt mir. Das heißt, dann, auf gut Deutsch, kann ich ja dann durchfliegen. Kann ich auch viel schneller, ähm, Vorposten und sonstiges erreichen, zum, zum Einnehmen. So, jetzt die Frage. Wo muss ich jetzt hin? Lass ich mir gucken, dass ich jetzt hier rüber fahre. Alter. Ja. Ja, wir fliegen jetzt ein bisschen schneller. Für mich ist es nur wichtig, mit dem Vorposten einzunehmen. Ich glaube, wenn ich jetzt kampagnenmäßig unterwegs sein würde, würde ich jetzt nicht, äh, jetzt gleich mit dem Wasp fliegen. Das wäre jetzt nicht so mein Ding. Weil schließlich will ich ja noch ein bisschen Halo noch entdecken für mich. Und ich muss auch sagen, ich freue mich auch, wenn ich das Game vielleicht durchgezockt habe, damit ich das so ein bisschen privat für mich zocken kann. Also nochmal von vorne. So. Oh. Oh. Karre kaputt. Ich weiß nicht, wie viele von den Marines da überleben. Aber schön, wie er ausgewichen ist. Aber ich hoffe, dass viele überleben. Mal gucken. Schauen wir mal, ne? Oh. Warte. Das sind nochmal noch welche am Leben. Ohne, ohne wie? Geht nämlich gar nichts. Oh, wie süß. Was ist euch denn hier los? Warum seid ihr so groß? Bäm. Lass mich ja eben kurz das hier anhören. Chief, danke für die Hilfe. Sparrow Griffin, Feuerteam Torres. Gut, dass ich mich überstanden habe. Wir müssen den Köpfen zur Hangar-Bucht bringen. Helfen Sie uns? Klar doch. Aber Achtung. Der Hangar ist voller Verbander. Dann räuchern wir sie aus. Ihr habt ihn gehört, Taurus. Der Hangar ist leichter vorn. Augen auf, vorwärts. Dann räuchern wir die aus. Vorposten eingenommen. Perfekt. Während des Kriegs konnte das UNSC Sie nicht viel weiter ins Verbandengebiet vordringen. Haben Sie eine Ahnung, wie das war? Den Vorposten gegen die Verbanden zu halten? Nö. So viele Leben wurden geopfert. Really? So. Kriege ich Erfolgspunkte nur eigentlich, wenn ich Marines helfe? Registriere einen neuen Vorposten im System. Ihr Werk, oder? Rufen Sie, wenn Sie was brauchen. Alles klar. Frage ich mich gerade. Läuft. Der Nächste. Nächste, please. Freiwillige vor. Perfekt. So. Jetzt, wo der Chief zurück ist, haben wir vielleicht eine Chance. Oh, Mann. Das reicht. Vielleicht, vielleicht. Ich weiß selber nicht, ob ich hier... Guck mal, ich kann noch nicht mal Autofen... Alter, du bist die Jungs zu Hause davon erfahren. Alter, Reifen hängt. Ich steig aus. Krass. Wart ihr das? Geil. Habt ihr die Karre selbst umgedreht gerade? Ich hab wirklich gar nichts gemacht. Willst einer mitkommen? Versucht einer mitzukommen? Ich glaub, da packt einer rum. Somit. Scharfschütze. Seniorschaft. Also bin ich voll überhaupt? Da haben wir noch einen Platz frei. Der Mann der Stunde. Ja. Ja, nein, vielleicht gut. Dann ein. So. Dann würde ich sagen, zum nächsten Punkt. Weil ich weiß gar nicht mehr, wie die Punkteverteilung hier ist. Ähm. Das hochrangiges Ziel erfasst, Chief. Captain Arthog. Ist ja eigentlich... Eigentlich nicht viel, ne? Er hat auf einer Mission drei OAST-Trupps erledigt. Unterschätzen Sie ihn nicht, Chief. Respekt. Nein. Das hochrangige Ziel. Alter. So. 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 Der ist down. Genau. Geh mal weg hier. Schön, wie der panisch läuft. So. Ich glaube, er kriegt seine eigene Granate ab. So. Wie erwartet war Arthog ihn nicht gewachsen. Zumindest von mir erwartet. Er war bestimmt überrascht. Arthog hat in den UNSC-Kolonien jahrelang Chaos angerichtet. Kein Zweifel. Er hat bekommen, was er verdient. Ja, ja, aber mich würde es immer noch interessieren. Würde ich gerne wissen. Tapferkeit 2000. Ah, ich bin zwar 2510. Ah, jetzt sehe ich das oben rechts hier. Okay. 2510. Pass auf, jetzt will ich mal wissen, wenn ich die nächste mache. Das heißt jetzt... Lass uns mal da hin. Lass uns mal da hin. Schade. Tod. So. Abhauen, schnell. Drehe eine Runde. So. Äh, da lang? Muss ich da lang? Was ist der einfachste Weg? Ich entferne mich... Entferne ich mich da? Äh, ich glaube, ich kann noch da lang. Ja, Digga, was bist du denn? Ach, ihr! Ich dachte schon, was schreit... Was schreit denn hier so bescheuert? Ihr wartet. Äh, ich dachte schon, was war das für ein Geschrei. Ich bin drin. Wasser. So. Weil? Ich da hin muss? Wunderschön. Oh, stimmt. Oh, stimmt. Ah, das ist so ein Vorposten. Dann habe ich noch schon. Haha. Alpha, du bist echt witzig. War nicht schlimm. Wenn jemand eben kurz mit... Der Chief geht voran. Ja, weil ihr... Ihr seid hier eh mit dabei, ne? Also ein paar Johnnies kann ich gut gebrauchen. Ich bin hier. Legen wir los. Sag mal, wie ist das ein... Ah, guck mal, noch ein Manneken kann doch mit. Eigentlich kann auch ein Manneken mit. Guck mal, Soldat. Bock? Erwarte Befehle. Ja, dann komm jetzt. Ja, dann... Oh, da sehe ich unten was Besonderes. Hey, das Button. Hätte nie gedacht, dass ich an den eigenen Aufwänden... Ich auch nicht. Ah, muss hier mal darüber. So, jetzt muss ich eben kurz mich mal orientieren. Das heißt, einmal da lang. Ich finde es so geil... So über Halo zu fahren. Ich hatte wirklich so Schiss, dass es eine große... Übertriebene... Ähm... Open-World-Mechanik hier wird. Ich bin froh, dass es so ist, wie es jetzt ist. Ne? Bin ich ehrlich? Ich bin so froh... Das ist nicht so übertrieben... Äh, wie bei... Wenn man es vergleicht mit... Assassin's Creed oder sowas, ne? Wo du denkst, boah, du wirst da nie fertig. Ne? Oder es ist einfach zu viel. Too much. Ich geh jetzt hier hoch. Lass sie mal kämpfen. So, weil das ist wieder... Oh. Shit. So. Ja, merkt man, wenn man ein bisschen raus ist, ne? Wir sehen es gut. Ich habe das wirklich... lange nicht mal gezockt. Kriegen wir hin. Das da oben kriege ich hin. Also hier. Was nun, Chief? Suchen wir jetzt diese Peilsender oder hatten Sie schon andere Pläne? Ich habe gerade andere Pläne. Ich möchte eine Wasp. Eine Wasp? Ist schön. Hochrangiges Ziel erfasst. Zeratis, der Peitschenmacher. Er wirkt's. Unangenehm. Wenn wir ihn ausschalten, gewinnt das UNSC etwas Zeit auf dem Ring. Was meinen Sie? Dagegen habe ich nichts. Das war jetzt fein. Das war's mit dem Ziel. Das war's mit dem Ziel. Das war's mit dem Ziel, finde ich das nice. Muss ich echt sagen. Gefällt mir sehr. So. Wer hat neu überlebt. Down. Jetzt, jetzt, äh... Muss ich mal eben runter. Brauchen wir eben deine Knarre. Ich hasse die Waffe hier. Dass er nicht mit einem Schlag gestorben ist. So. Das ist das Ende von Zeratis, dem Peitschenmacher. Und seines lächerlichen Spitznamens. Wir dinden die Zahl der verbanden Eliten auf diesem Ring aus. Weiter so Chief. So. Wie viele Punkte habe ich denn jetzt? Immer noch. Nicht viele. Das heißt, ich muss wirklich... Ich muss wirklich Marines retten. Das bringt mir also nix. Tja, die Frage ist... Brauche ich dann auch Marines? Gar keine mehr hier? Das ist ein Verpasst, den ich hier habe. Ja? Ich kann die Schnellreise nutzen. Da ist er natürlich jetzt... Ein bisschen mager. Ja, gut. Dann würde ich sagen... Begebe ich mich zu dem Sender. Werd aber jetzt... Die Schnellreise nutzen. Und gucken... Wie das wird. Also... Ist natürlich jetzt schade, dass man so nicht die Punkte kassiert. Also hier, dafür müsste ich echt so Marines retten und so. Hei, hei, hei. Also Tapferkeit muss irgendwie steigen. Tapferkeit steigt aber auch, wenn ich Sender zerstöre, oder? Diese Propaganda-Sender. Die muss man aber auch erstmal finden. Ich hätte mit dem Fahrzeug fahren sollen, ne? Und los geht's. Warte mal ein Wölfe. Wir müssen in den Peilsender. Jetzt müssen wir rein. Warte, warte, warte. Ja. So, ich versuche mal jetzt mal... Hier mal ein bisschen aufzuräumen. Wechseln? Verdammt. Keine Money. No Money. Äh, so wollte ich schießen. Ja, schlagen. Oh, so. Bin jetzt komplett überwältigt. Warte, 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 warte. Boah. Das muss man jetzt schlau machen. So. Warte für einen Schnitzel. Wer schießt denn jetzt schon wieder von hinten? Brauche ich jetzt echt nicht. Danke. Hör auf zu labern. Du machst keine Gäste mehr. Doch. Mach ich noch. Hast du Angst mit dir? Oh, ein bisschen. Hä, hast du nicht? Danke. Ich glaube, der hat auch keinen Bock zu sterben. Ja. 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 Ich glaube, der hat auch keinen Bock zu sterben. So, danke schön. Danke schön. So, ich will das jetzt nicht nehmen. Ich bleib nochmal eben kurz beim Nadelwerfer. Boah. Das kann mir helfen. Von wo denn jetzt noch? Das hat ein bisschen weh. Warte mal eben die Nate. Danke. Cool. Ich mag die Knarre ja, ne? So ist das ja. Leergeschossen. So, danke. Oh. Hä? Er ist gerade mit mir geredet, mit Schwächling? Ja, das schreibt euch hier raus. Warte, 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 warte. Jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt müssen wir erstmal, ja. Mal ein bisschen Halo-White-Wurf spielen, wa? Grüezi. Grüezi. So. Wo ist es doch? Hehehe. Kleines Ründchen. Die waren völlig chancenlos. Da waren sie auch. So. Eigentlich. Ich fange nochmal mit den Granaten. Ach so. Ha. Da ist er. Hm? Ich bin vollgeladen. Wo muss ich denn hin? Einmal nach unten. Ah. Die werden nur unten noch hier rumspielen, oder nicht? Mal sehen, was es hier gibt. Oh, wie früh, oh. Wow. Hm-hm. etwas ohne entdeckt etwas das nicht existieren sollte es aber doch tut ich glaube die Flut stünden für unsere ultimative Prüfung unsere größte Sieg vielleicht wären meine Annahmen falsch es gibt offenbar ein neues Problem ich muss mir darüber in Erfahrung bringen bevor ich es an den Rat herantrage die Flut sind nie die Lösung meine beste meine teuerste okay dann ans Werk tja also das könnte wirklich klappen oder auch nicht was ist los ich kann die Sequenz nicht konstruieren also nicht komplett ich habe nicht genug Daten dann besorgen wir mehr ja klar deswegen gibt es ja auch drei Türme Nispa glaube ich gerade falsch so haben sie Familie ja ja nein dann warum tun sie das immer und immer wieder ich kann nichts anderes was ist mit dir hast du jemanden da draußen nein nicht mehr tut mir leid es es ist so lange her dass mich irgendwer sowas gefragt hat ich es wird alles gut wir haben den Master Chief hier er wird dafür sorgen das werden sie doch oder klar ist doch hier der Master Chief hier wie viel habe ich dann noch da drinnen zwei Master Chief so aber hier der Alpha Chief wird jetzt erstmal hier Feierabend machen ich werde gucken dass ich das wirklich private vielleicht mache irgendwie mal schauen ich werde mal schauen wie ich das auf die Kette kriege weil ich würde schon gerne mit der Morsk durchgelegen düsen das ist aber ein bisschen einfacher aber mal gucken also wir sehen uns haut rein